Viele Menschen nehmen es sehr ernst, wie man denn vernünftig sein Whisky zu genießen hat. Und daher möchte ich dir mit diesem Video eine kleine Hilfestellung geben, worauf du da achten kannst und was die Grundregeln sind, wenn du ein Whisky vernünftig und artgerecht genießen möchtest. Zuallererst setzen wir uns mal mit den Gläsern auseinander. Ich persönlich bin ja ein riesen Fan von diesen Tamlern. Es liegt schwer in der Hand, wunderschöner Schliff, alles super. Rein für den sensorischen Genuss ist das Glas allerdings nicht besonders geeignet. Das hat nur den Vorteil, dass es sich besonders angenehm daraus trinkt und auch ziemlich cool aussieht. Das Glas ergibt aus sensorischer Sicht nämlich nicht so viel Sinn, dadurch, dass die Aromen hier einfach aus diesem Glas verpuffen. Viel besser ist da das sogenannte Nosing Glas, das ist wie so ein kleines Weißweinglas. Wir haben den Stiel, der verhindert, dass wir mit unseren Händen die Flüssigkeit erwärmen, weil umso wärmer etwas wird, beziehungsweise durch die unterschiedliche Temperatur, beeinflussen wir die Wahrnehmung der Spiritose. Und um das nicht zu manipulieren, wollen wir eben möglichst wenig erwärmen. Und hier durch diese tulpenartige Form sorgen wir dafür, dass die Aromen sehr schön im Glas zirkulieren können. Und dann, wenn ich am Glas dran rieche, sehe ich hier in dieser Verjüngung schön konzentriert eben in meine Nase eindringen, damit ich da so viel Vergnügen wie möglich an meinem Glas habe. Wir riechen oder wir schmecken nämlich so gut wie gar nichts. Nur so Dinge wie süß, salzig, bitter und Umami zum Beispiel. Sondern das meiste nehmen wir eben mit unserer Nase wahr. Daher ist der Geruch das absolut Wichtigste. Das bei dem Glas neigt man dann auch gerne mal dazu, etwas auf Eis zu trinken. Etwas Hochwertiges mit Eis zu trinken ergibt grundsätzlich schon mal keinen Sinn. Eis bindet wahnsinnig viele Geschmacksstoffe an sich und die Kälte verschließt alles. Das ist wie wenn du in ein Eisbad springen würdest, dann zieht sich ja auch dein ganzer Körper zusammen. Das passiert ungefähr so auch mit den Geschmacksmolekülen in deinem Whisky. Das heißt, der Whisky verschließt dich und du bist nicht mehr in der Lage, die Qualität vernünftig zu würdigen. Außerdem betäubt das auch nochmal wirklich zusätzlich die ganze geschmackliche Wahrnehmung bei dir selber in deinem Mund. Also du kennst es ja, dass durch diese Kälte etwas dann eben taub wird. Also alles ist verschlossen. Und es ist so gesehen eine, gerade wenn du sehr hochwertige Dinge trinkst, so ein bisschen eine Beleidigung an die Schöpfer des Produktes. Also es ist dann teilweise jahrzehntelange Arbeit reingeflossen von etlichen Menschen, um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Und dann, wenn man das dann noch ein bisschen durch Eis verhunzt, ist es immer so ein bisschen schwieriger Punkt. Dazu will ich aber trotzdem auch sagen, dass am Ende des Tages, wenn du die Flasche selber gekauft hast, dann liegt es natürlich komplett an dir. Es ist dein Eigentum und was du da jetzt genau mit machen willst, ob du da Cola draufkippen willst oder nicht, oder das mit Eis trinken willst, das bleibt natürlich dir überlassen. Aber in diesem Video geht es eben darum, wie man das vernünftig, würdevoll denn eben macht. Dann ein anderes Thema. Also wir haben es schon klargestellt, das Glas wäre technisch gesehen das Beste. Das ist trotzdem auch das Coolste. Ob das Glas hier auch diesen Stiel nicht hat. Es gibt auch welche, die quasi nur aus diesem Part bestehen und dann hier unseren kleinen Nupsi haben. Das geht natürlich auch. Und grundsätzlich sind diese ganzen Dinge natürlich sehr pauschal. Je nachdem, was wir aber für eine Qualität an Whisky haben, würde das auch nochmal beeinflussen, ob wir das zum Beispiel auch mit einem Tropfen Wasser versehen. Ich habe dafür jetzt mal drei verschiedene Sachen aufgestellt. Also Nummer 1 haben wir hier einen recht langweiligen Cardoo, der ist abgefüllt mit 40%. Das Ding hat nicht besonders viel Körper, da passiert nicht wahnsinnig viel, ist ein sehr leichter Whisky-Stil, nicht besonders spannend. Und ob du da jetzt noch einen Tropfen Wasser hinzugibst oder nicht, natürlich passieren gewisse chemische Prozesse, wenn du da das Wasser hinzugibst und gewisse andere Geschmacksstoffe entfalten sich. Dabei möchte ich aber auch daran erinnern, der ist bei 40% abgefüllt. Das heißt, Wasser ist ja auch bereits schon enthalten. Ergibt alles nicht so viel Sinn, ist dann ein bisschen eine Geschmackssache. Du würdest den sehr leichten Whisky jetzt noch einen Ticken leichter machen. Inwiefern das angemessen ist, ist so eine Sache. Dann sind wir bei einer Faschstärke. Faschstärke, hier in dem Fall haben wir 54,7%. Faschstärke bedeutet, wir haben den Whisky so abgefüllt, wie aus dem Fass kommt. Denn die Fässer werden so ca. bei 65%. Das ist natürlich eine Entscheidung des Herstellers. Aber ca. bei 65% werden sie in der Regel ins Fass gefüllt. Und werden dann, wie bei dem Beispiel von dem Kollegen hier, bevor sie in die Flasche gefüllt werden, mit Wasser verdünnt auf die sogenannte Trinkstärke. Die mindestens 40% beim schottischen Sing-and-Moid-Whisky betragen muss. Wenn es abgefüllt ist in Faschstärke, haben wir das Fass so abgefüllt, wie es ist. Bedeutet, wir haben kein Wasser hinzugefügt, um es nicht auf die sogenannte Trinkstärke zu reduzieren. Und dadurch kommen auch oft diese krummen Zahlen raus. Wie hier 54,7%. Jetzt habe ich in dem Fall einen 1990er, der 21 Jahre im Fass war. Hier möchte ich dazu appellieren, du kannst nicht pauschal immer Wasser in deinem Whisky hinzugeben. Den kannst du theoretisch natürlich, aber du tust ihm bei weitem nicht immer etwas Gutes. Gerade bei sehr alten, sehr, sehr lang gereiften Qualitäten ist das Thema Wasser mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da es passieren kann, dass du den Whisky einfach den ganzen Körper nimmst und er einfach stirbt. Das heißt, du hast hier einen großartigen Tropfen wie den hier. Und nachdem du dir das Wasser hinzugegeben hast, kann es sein, dass er einfach total flach ist und seinen ganzen Körper, unseren ganzen Charakter verloren hat. Das möchtest du vermeiden. Daher, falls du dich mit Wasser rantasten willst, wirklich eben nur rantasten und ganz wenig Wasser ganz langsam hinzugeben und immer zwischendurch mal wieder ein bisschen probieren. Das gleiche gilt eben auch für so Whisky, der schon aufgrund seines hohen Alters von selber so runter reduziert wurde durch den Angel Chair. Also einfach, was da so immer aus dem Fass verdampft ist über die jahrzehntelange Reifung. Wir haben hier einen Glenn Glosser von 1975, der 40 Jahre im Fass reifen durfte und der hat ein Alkoholgehalt von 43,9% natürliche Fassstärke. Auch hier gilt wieder, sehr, sehr vorsichtig bitte mit dem Thema Wasser vor sich zu gehen, ähm, ranzugehen. Gerade weil der Alkoholgehalt ja auch so schon selber auf natürliche Weise recht gering ist. Das Thema Wasser ist übrigens noch ein ganz netter anderer Trick, also was wir dann auch gerne machen in professionellen Verkostungen, einen wirklichen Schuss Wasser hinzugeben, nicht nur tröpfchenweise Wasser hinzugeben, um gewisse Fehltöne rauszuschmecken. Das hat mit dem Whisky-Genuss an sich aber natürlich nichts mehr zu tun und ist für den Genuss, es sei denn, es trifft jetzt aus irgendeinem Grund deinen persönlichen Geschmack komplett verwässerte Whiskys zu haben. Aber das ist nur eben, um Fehltöne herauszuschmecken, also eine rein technische Sache. Nochmal zusammengefasst, du möchtest ein Nosing-Glas nehmen, also wenn es darum geht, wirklich das Maximum an Vergnügen aus deinem Glas zu ziehen, möchtest du ein Nosing-Glas haben, du möchtest sehr, sehr vorsichtig und bedacht mit Wasser umgehen, benutze eine Pink-Pette, das Ganze nur tröpfchenweise hinzuzugeben und spiele somit ein bisschen. Gerade wenn dir natürlich die Flasche gehört, kannst du auch mal ausprobieren, ein bisschen mehr Wasser hinzuzugeben. Vielleicht tut dem Ganzen das sogar sehr gut. Du möchtest auf dieses Glas verzichten, wenn es rein sensorisch geht und möchtest bitte auch auf Eis verzichten. Gerade wenn du auch eingeladen bist, das heißt du bist zu Gast bei einem Whisky-Nerd, sag ich mal, und der schenkt dir einen guten Tropfen ein, dann frag idealerweise nicht nach Eis. Das würde die Whisky-Knigge nicht so gerne sehen. Ich danke dir fürs Zuschauen, gesellte dich auch mal gerne mit bei uns bei Facebook in die Facebook-Gruppe, das ist die Bargemuth Taste Academy, wo wir mit einem Haufen Gleichgesinnten uns ständig über solche Themen austauschen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.